Dafür müssen wir ja... ...hinten zu dem Vieh. Hat da grad was geleuchtet? Ne, gell? Ne, hab ich mir nur eingebildet. Huh? Seid ihr den Leben... Ähm, weiss hier nichts mehr, wie es einmal war. Kurz darauf begannen die Männer Stimmen zu hören und Schatten zwischen den Bäumen zu sehen. Heute haben Jesus, Mike und Chuck gekündigt. Jetzt haben wir zu wenig Leute im Sägewerk weiterzutreiben. Ich hab keine Wahl außer sie zu schließen, bis wir neue Leute finden. Der Wahnsinn begann nach Annikas Tod. Alles gut? Dämliche Hinterwäldler zur Hölle mit ihren Geistergeschichten. Wir müssen das Sägewerk schließen, bis wir neue Leute aus dem Umland angeworben haben. Dormit ist nicht mehr sicher. Es gibt keinen Weg, hierher wegzukommen. Meine beste Chance ist, hier im Sägewerk auf Hilfe zu warten. Ich sah Leute vorbeikommen. Aber ich habe das Haupttor verschlossen. Damit niemand hier reinkommt. Ich kann nur überleben, wenn ich allein bleibe. Ich bin schließlich der Vorarbeiter. Ich kann machen, was ich will. Ach, der mit der Knarre war der Vorarbeiter! Ich musste heute einen Warnschuss abgeben, um diese Leute zu verschrecken. Solange ich hier bin, kommt hier niemand rein. Es gibt genug zu essen und Licht für eine Person und das war's. Das ist der verdammte Typ, der auf mich geschossen hat! Ja, das haben wir schon herausgefunden. Okay... So, hier war ja nichts, ne? Nur dieses weirde Buch. Hier war die Toilette. Mit der ich nichts machen durfte. Ah, Büroschlüssel! War das hier? Nee. War ich hier schon mal? Nee. Nee. Okay, gut, da ist... Auch... Überall nichts... Das sollen... Duschen sein. Okay... Ich muss hier mal ein paar Spinde schließen, sonst... Könnten die mir... Dezent im Weg sein... So, genau, warte mal. Hier war ja die Toilette. Da ist eine Säge. Hier ist ein Traktor, der Licht macht. Darf ich mit dem was machen? Zufällig, weil ich nicht Lampe rausschrauben oder so? Nee. Da vorne ist Mutti irgendwo lang gelaufen. Ich hoffe, der sieht mich hier drin jetzt nicht, sonst habe ich ein kleines Problem. Wo rennten die jetzt hin? Weiter nach rechts, okay. Das ist gut. Und... Ach, das war das Büro, ne? Glaube ich. Traktorleuchte gebraucht. Garantiert habe ich hier die Traktorleuchte gebraucht und nicht den Schlüssel. Okay, gut. Kleiner Programmierungsfehler ist ja nicht schlimm. Hallo. Eins. Fernseher. Wenn ich da jetzt reingehe... Kriegen die mich doch bestimmt, oder? Wo ist ein Mutti? Hallo. Motel X. Okay, hier ist nochmal ein Zettel. Es gab einige Sicherheitsbedenken wegen dem Verschwinden der Menschen und Dormant. Einige von euch fühlen sich nicht mehr sicher, wenn ihr nach der Spätschicht alleine nach Hause gehen müsst. Deshalb haben wir im Hauptgebäude mehrere Feldbetten für euch aufgestellt. Jedem von euch steht das frei, die Nacht dort zu verbringen, solange die Polizei den Fall nicht gelöst hat. Äh... Okay... Ich hatte jetzt eigentlich gehofft. Ich finde jetzt hier vielleicht die... Lampe für den... Traktor. Aber irgendwie finde ich hier gar nichts. Das ist ja doof. Da darf ich nicht drauf. Da vorne ist Mutti. Äh... Vorsicht! Wo geht's hin? Shit, das ist problematisch. Darf ich vielleicht hier entlang? Das Ding ist noch immer hier. Ja, hier darf ich lang. Ach, jetzt kommt die natürlich genau in meine Richtung. Das ist auch nicht zu fassen. Das heißt, die bleibt aber nur hier hinten in dem Bereich, oder? Wo gehst du hin? So, der... Ja... Mann, ich weiß doch... Der Scheinwerfer des Traktors ist wohl kaputt. Womöglich finde ich hier irgendwo Ersatz. Die Frage ist jetzt halt nur wo. Vielleicht hier, wenn ich Glück hab. Zumindest ist jetzt hier auf jeden Fall Licht. Was mir nur nicht ganz so viel bringt. Und... Mit den LKWs darf ich auch nichts machen. Da darf ich nicht durch. Ähm... Achso, das soll Wind sein, der hier durchflattert. Wo ist denn jetzt... What the fuck? Wie komm ich denn jetzt an die Traktorlampe dran? Ich dachte, die wär vielleicht... Bitte komm nicht zu mir. Ich lauf dir jetzt natürlich voll entge... Voll entgegen. Hm... 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 Bisschen aufpassen, dass ich... Sieh nicht aus Versehen da entgegenstolper. Ach... Sicher, dass das nicht hier irgendwo sein soll? Kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen, dass das nicht hier irgendwo ist. Hier hat er die Betten aufgestellt. Konnte ich hier vielleicht doch irgendwas öffnen und ich hab's nicht gesehen. Ich bin... Diesen Atom gibt eine Geschichte. Diesen Atom gibt eine Geschichte. Okay. The more you know. Macht er das überall nicht, gell? Diese Lichter sind wertvoll. Sie müssen sie in einem Geheimzimmer verstecken. Was? Der nordwestliche Zaun muss unbedingt drin repariert werden, sonst fällt das Ding bald auseinander. Das könnte mein Weg auf die andere Seite sein. Hä? Äh... Äh... Was? Wie? Wie? Äh... Da ist die scheiß Traktorlampe. Okay, wo ist Mutti? Ach, jetzt kommt die natürlich genau hierher. Das ist doch nicht zu fassen. Ja, ja, geh nur weiter. Tüdelü. Als ob. Als ob. Ah, du kannst das auch sehen. Hier ist es sicher. Nichts! Tu das nicht! Du kannst mich nicht der Dunkelheit überlassen! Er verweigerte sich jeder Hilfe. Er schoss um sich, um die Leute zu verschrecken. Schoss auf dich. Er versuchte dich zu töten. Nun bettelt er dich an, nicht den Lichtmast zu bewegen. Du könntest versuchen, eine Alternative zu finden. Ah, der Charakter eines Mannes ist sein Schicksal. Jaaa... 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 Was machen wir denn jetzt Großer? Ich will den nicht drehen. Ich würd... Ich würd den ungern sterben lassen, um ehrlich zu sein. So einer bin ich nicht. Die Frage ist, was könnte man da jetzt tun? Hm... Hm... Auch das muss ja theoretisch irgendwas offensichtliches sein, oder? Oder relativ offensichtlich, auf jeden Fall. Hm... Ja, ja... Ja, 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 alles gut. Was könnte man da denn jetzt machen? Hm... 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 Hm, hm hm. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, was ich mir denke, was es gerade ist. Ich kann nicht hüpfen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es der Plan ist, irgendwo hochzuklettern, wenn ich nicht springen kann. Ich würde gern speichern und im Zweifel neu laden, aber das Spiel lässt mich das leider nicht tun. Die Frage ist... Könnte ich mit dem Traktor was machen, ne? Ne. Hmm. 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 Was machen wir denn da jetzt? Wir müssen auf jeden Fall da hinten hin. Weil da ist die Anika ja mit dem Fahrrad runtergefallen. Hmm. zu ihm hoch kann ich nicht. Der einfachste Weg wäre jetzt natürlich zu sagen, scheiß drauf, ich lasse dich jetzt sterben. und... Okay, das ist es auch nicht. Ich dachte vielleicht, wenn man das irgendwie weg macht, dann kann das Licht da hinfallen und dann werden die weg. Ich will das nicht berühren, ich hab Angst, dass er es dann automatisch macht. Was könnte man da denn jetzt machen? Ich will nicht drücken. Irgendwas sagt mir, ich müsste eigentlich drücken und ausprobieren, ob ich das dann irgendwie anders verschieben kann. So von selbst, manuell, oder... Weil das Ding ist, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt sterbe, muss ich alles nochmal von vorne machen. Weil so das Spiel leider speichert. Huch. Ich hab ja aus Versehen aus dem Spiel geklickt. Ah. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Wie kriegen wir denn das jetzt hin? Oder soll ich einfach drücken? Weil nur weil der jetzt aus Angst auf mich geschossen hat, er hat ja nur einen Warnschuss abgegeben. Er hat jetzt ja nicht versucht, mich zu töten. So, und es hat denen ja nichts getan. Ja, ja. Ich kann aber auch sonst nicht damit interagieren. Pff. Er wollte mich erschießen. Ich bin sicher, er hat schon andere erschossen. Hm. Super. Ich wusste, dass das passiert. Aber ich war jetzt doch zu neugierig. Cool. Wenn es mehrere Enden gibt, wir kriegen kein, kein gutes Ende für dieses Spiel. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Wir kriegen kein gutes Ende für dieses Spiel. Wir sind so ein schlechter Mensch. Oh mein Gott. Jede Nacht? Ich dachte nur einmal. Ich will meine Mutter stoppen und das beenden. Jetzt kann ich dir nicht mehr helfen. Viel Glück, Edward. Ach, wir heißen Edward. Wir haben also alles begonnen. Was hat ihre Mutter nur getan, dass sich diese Ereignisse wiederholen? Well, let's find out. Hm. Wie random ist das jetzt gerade? Wie ist genau dieser Unfall passiert? Das macht sowas von keinen Sinn. Es tut mir wirklich leid. Aber das macht keinen Sinn. Mann, ich wollte dem anderen auch helfen. Das ärgert mich jetzt echt ein bisschen. Vater Simon will, dass wir drin bleiben, aber ich halte es nicht mehr aus. Wir haben nichts Falsches getan. Warum passiert uns das bloß? Es steht auch geschrieben im Exodus 22,18. Eine Zauberin sollst du nicht leben lassen. Ich habe Sean in den Wäldern gesehen. Er hat mich gerufen. Ich werde ihm folgen. Ich glaube, du bist tot. Ich beschleicht das Gefühl, da ist jemand im Wald gestorben. Ich kann einmal komplett um die Kirche drum herum laufen. San Diego möchte sich unter die Ärmsten der Armen. Demut, Stärke und Einfachheit waren die Maxime seines Lebens. Das einzige Materielle, das er je besaß, war seine Flöte. Die Legende sagt, dass er zum letzten Mal gesehen wurde, als er spielend auf seiner Flöte den Wald betrat. Die Natur und die Musik waren seine Leidenschaft. Das wird ein Patron. Ah, dann geht's ja. Mh... Okay, jetzt bin ich einmal um die Kirche gelaufen. Keine Ahnung, warum das geht. Okay, ich denke, wir gehen nach der Kirche. Diejenigen, die nicht in die Kirche gehen, die nicht an unseren Herrgott, den Erlöser, glauben, sie verachten Jesus. Sie wissen alle, wen ich meine. Die Fremden, die in unserer gottesfürchte gestabt haben, wie mir zu Ohren kam, ergötzen sie sich an den dunklen Künsten. Okay. Tschüss, Vater. Sie waren hier ebenfalls nicht willkommen. Die Kirche sieht cool aus. Die Kirche sieht echt cool aus. Der Weg wird sich zeigen, wenn die Glocke dreimal läutet. Läutet die Glocke dreimal. Maybe eine Metapher. Maybe ein Hinweis. Schon wieder Kerzen. Oh no, not again. Frühling. Ei, nicht schon wieder ein Kerzenrätsel. Okay, warte mal. Wir sind hier sicher, es ist das Haus Gottes. Er prüft uns. Ich bin mir sicher, dass die Frommen gerettet werden. Die Dunkelheit wird nie in diese Kirche kommen. I'm not so sure about that. Interessantes Buntglas. Okay, das braucht irgendeine bestimmte Reihenfolge. 1831. 1860. 1866. Datum unbekannt. Hm, okay. Keine Ahnung. Das ist nicht hübsch. Nee, hübsch ist es nicht, aber dennoch interessant. Ich glaub, das kann man so stehen lassen. Was zur Hölle? Warum schweben die? Auf diesen Kacheln sind verschiedene Abbildungen. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Ey, jetzt verarscht ihr mich doch. Was ist das denn jetzt? Puh. Was ist mein Hinweis? Hä? Hä? Jetzt verarscht ihr mich doch. Was ist das denn jetzt? Äh, St. Diego lebt ein ungewöhnliches Leben. Er war bekannt als den Bauer, aber er war auch ein Jäger. Bauer, Jäger, Maurer. Und dann Fischer. Bauer, Jäger, Maurer, Fischer. Bauer? Bauer? Jäger? Nur der Bogen bleibt? Bauer, Jäger, Maurer, Fischer. Bauer, Jäger, Maurer, Fischer. Bauer, Jäger, Maurer, Fischer. Bauer, Jäger, Maurer, Fischer. Fischer und Bauer, Jäger, Bauer. Ah! Aha! Okay. St. Diego hat zum allerersten Mal in Osknor gesehen, an einem warmen Sommertag. Sommer, Herbst, Frühling, Winter. Sommer, Herbst, Frühling, Winter. Sommer, Herbst, Frühling, Winter. Aha! Okay. Okay, 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 okay. Ey, muss ich mir jetzt die Fotos hier merken? Oder, 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 oder? Oder, bekomme ich noch einen Hinweis auf dieses Bilderrätsel? Oder ist das wirklich... Oder war das draußen mein Hinweis hier für die Bilder? Hold on, hold on, hold on. Ich lese den Text nochmal. Mischte sich unter die Ärmsten... Nö, nö. Irgendwas mit Flöte und Wald. Ob ich dazu passende Bilder finden werde? Puh. Ob das... Weiß ich nicht, ob das so korrekt ist, wie ich mir das Rätsel hier zusammenspinne. Um ehrlich zu sein. Er mischte sich unter die Ärmsten. Er hat Flöte gespielt. Er mischte sich unter die Ärmsten. Shit, was war der Rest vom Text? Oh no. Hold on. Hold on. Das muss ich mir vielleicht aufschreiben. Damit ich weiß, worauf ich zu achten habe.